Dann schicken sie uns tatsächlich 60 Sachen hier durch den Ort durch, ja. Wollen wir auch nicht, wenn es hier eine vielbefahrene Route ist, oder das hier so normal ist. Na, der Panzer rechts. Kriegsdenkmal wahrscheinlich. Dann geht es für uns auf jeden Fall wieder auf die Autobahns, wie mir das hier aussieht. Können wir nochmal ein bisschen Strecke machen. Auch gar nichts los hier. Naja, was sonst passiert? Wir haben einen vollen Tank, wir haben eine schöne Fahrt vor uns. Nach wie vor, so weit sind wir noch nicht gekommen bis jetzt. Also, die Spur soll ich schon mal wechseln. Ja, interessante Spurführung hier. Bisschen zappelig. Ich glaube, ich muss auch nochmal dieses Holpern auf den Streifen ausschalten. Also irgendwie finde ich das nervig. Zumal es ja wirklich noch nicht überall auf der Welt der Fall ist. Oder in Europa auch, selbst nicht in Deutschland. Also, naja. Für uns geht es gerade auch weiter. Na, die wollen aber auffahren. Lassen wir die auch mal hier... Lassen wir die mal die Möglichkeit aufzufahren. Lassen wir das mitz幅 in Deutschland gucken. aber es sieht auf jeden fall ganz schick aus hier schön ländlich das ganze weiß zu gefallen auf jeden fall mal auf die geschwindigkeit achten wenn wir an der grenze sind die frage das ist die grenze oder ist das zollbereich jetzt sieht man ganz eine grenze nach russland aus mit wartezeit auf jeden fall heute da hätte ich mal rechts einordnen sollen ich mache das einfach mal schnell ich weiß das ist natürlich noch nicht umkriege knapp knapp ticket hier auf jeden fall die geschwindigkeit zu halten so damit willkommen in russland da haben wir es mir nicht geschafft nach 1920 folgen russland anzukommen auch nicht schlecht hier 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 So, Russland, dann zeige mal, was du zu bieten hast. Ja, ich muss mich mal auch kurz schlau machen, wie das hier mit Lenkzeiten aussieht. Fünf Stunden noch Lenkzeit, okay, das geht ja klar und Vergütung 1.759 Euro für den Dosen-Eintopf, 24 Tonnen. Ja, der Bus hat es auf jeden Fall wieder eilig. Da kommen wir auf jeden Fall auch ganz gut hin. Dann wird es ja langsam dunkel, dann machen wir bald unsere Pause. Dann können wir auch wieder im Hellen weiterfahren. Also so weit haben wir es gar nicht mehr, ne? 562 Kilometer. Jetzt ist ja halbwegs entspannt. Dann kann ich ja doch nochmal hier auf die genaueren Einsatzdetails schauen. Wir haben noch 26 Stunden Restzeit, das ist natürlich super entspannt. Dann würde ich was sagen, dass ich gleich schon mal die Pause mache. Dann ist es natürlich noch finsterste Nacht, wenn wir fertig sind. Ja, mal schauen. So, hier geht es weiter Richtung Moskau und es wird wohl auch noch erstmal bis unsere Schecke bleiben. Oh, 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 oh. Das tut mir leid. Da habe ich gepennt. Okay. So, auf 90 möchte ich mich schon ganz gerne wieder einpendeln jetzt. Vielmehr geht unser LKW auch gerade gar nicht her. Also. Also. Okay. Jetzt. Oh, 60, das ging aber rapide bergab hier. Und ich muss noch recht abbiegen, ohne Ampel, ok, oder habe ich die Ampel nur übersehen? Lässt uns jetzt fahren, oder? Ok. Dankeschön. 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 Ja, ich glaube, es war eine Radarfalle. Blitzen geblitzt werden. Das ist schon nicht so schön momentan. Es bricht die Nacht hier auch langsam über Russland hinein. Oh, Entschuldigung. Ich werde hier einfach mal kurz rausfahren. Hier einfach mal die Pause einlegen. Perfekt. Das ist auf jeden Fall gut abgetimt. Dann haben wir auf jeden Fall wieder Tag jetzt. Werfen wir noch mal kurz einen Blick auf die Karte, wenn wir eben schon stehen. M19, P87. Ja, also ich glaube mit den ganzen Landstraßen ist es hier noch nicht so weit her auf unserer Fahrt momentan. Aber beim nächsten Mal werde ich dann mal was schönes raussuchen. Mein Fernbus fährt wahrscheinlich für 8 Euro von Berlin nach Moskau. Ja. 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 Jetzt habe ich das Schild gar nicht richtig gesehen. Waren hier Straßenschäden angesagt oder war es eine Baustelle? Auf jeden Fall mal auf 60 reduzieren. Das ist eine Baustelle. Das ist ja hier. Ja, das ist doch mal schon mal interessanter hier zu fahren. Auch wenn es hier erstmal nur die Straße schlecht ist. Boah, ist das ein Kolpere. Ja, wahrscheinlich ohne. Gibt es mir zusätzlich ein bisschen Geschwindigkeit auf, wenn ich den Berg hier hochkomme. Ja, Achtung, Unfallgefahr wahrscheinlich. Ah, die 80 ist wieder freigegeben. Ich möchte gar nicht wissen, was das hier an Verschleiß kostet, wenn ich hier so durch Knallgegend durch die Baustellenbereiche da, wo die Straße schlecht ist. Ja, wir können es auch mal wieder schneiden, wa? Ja. 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 Ha, sie sind Hühner auf der Straße. Geil. Zeit für Gas zu geben. Fragt sich wahrscheinlich nur, wie lange das der Fall ist. So, Boden werden sie auf jeden Fall schon wieder angekündigt. Und wieder 30. Ist ja auch ein interessanter Straßenboblag hier. So, und hier ist es noch eine ganze Ecke ausgebaut. ach was wäre die welt ohne rote ampel wunderbar nicht rückwärts fahrradieren los gerade das ist doch komisch und hoffentlich hat es zum glück geknallt gerade das Ach ja. Ach ja. Ich glaube, dass wir jetzt wieder auf die Autobahn fahren. Mal gucken. War eigentlich ganz nett hier auf den Landstraßen.